Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge HockoLive auf meinem Kanal der Mikeintosh und ähm ich habe einen wunderhübschen Garten und ich habe ein bisschen Geld was ich nicht habe ist genug Holz, denn ich habe mir gedacht hey ich brauch mal wieder neue Häuser denn äh ich habe so viele Leute die hier alle einziehen wollen und ja da fehlt einfach, da fehlen Häuser und das heißt ich mache die jetzt hier platt das sind jetzt auch die letzten Sommertage warte ich guck mal gerade ob auf der Farm irgendwas abgeht aber ich glaube ja hier wächst nämlich nichts mehr ich könnte halt höchstens schauen ob hier ach guck mal zumindest ein paar Äpfel kann ich mir holen ja und der Rest ist halt da kommt es dann jetzt wieder auf die äh auf die neue Jahreszeit an das Haus ist ja eigentlich ganz hübsch das ich hier so hab auch wenn ich mir vorstellen kann dass da oben drin in dem Dach sich bestimmt ein Pool sammelt wenn es mal richtig regnet also da sammelt sich das Wasser meine ich damit na huch 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 man diese Woche ist so langweilig wie machst du das Sämender ich glaube Owen hat das hier verloren grüne Blumenpflanze kannst du das zurückbringen sicher großartig danke wo könnte Owen denn sein schon tja Auen, 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 wo bist du? Vielleicht am Strand? Nee. Irgendwie nicht. Vielleicht in der Stadt? Nö. Nö. Hallo, Seemänder. Ach, lass mal sein. Da ist er. Das Oberteil steht dir wirklich gut. Oh je, das habe ich ganz vergessen. Ich muss Benni unbedingt später dafür danken. Hier ist ein kleines Dankeschön-Regenbogen-T-Shirt. Ähm, warte. Oh, wow, damit sieht man hier aus wie ein Clown. Wie läuft dein Tag so? Meiner ist bisher ziemlich ruhig. Brauchst du vielleicht was? Oh, was geht's, Semender? Ich habe beim Aufräumen des Stadtzentrums folgendes gefunden. Rote Stofffarbe. Ich habe mir gedacht, Ramisch könnte so etwas schätzen. Kannst du die Übergabe übernehmen? Kannst du die Übergabe übernehmen? Großartig. Danke. So, wer bist du? Du bist Sally, ne? Nee, Fjord. Sally ist ja, ja, okay. Die Sonne scheint immer heller, wenn du bei mir bist. Oh, je. Oh, je. Mein Gott. Ah. Kannst du vielleicht mal neue Sachen kriegen irgendwann? Ist das möglich? Und vielleicht mal auf den... Was soll ich da mit einem Fahrradhelm? Also, Klamotten-Klamotten-Technisch ist echt mau. Warte mal, wibst du? Du bist... Hector. Ramisch ist, glaube ich... Ramisch ist, glaube ich, diese... Diese weiße... Dieser Schneetiger, oder was das ist. Ähm... Da ist Benni. Ist das da, Ramisch? Ja. Yo. Schön, dich zu sehen. Schöne Sachen hast du heute an. Hier. Oh, je. Das habe ich ganz vergessen. Ich muss... Owen später... Unbedingt dafür danken. Hm, hier ist ein kleines Dankeschön. Schwarz-weiße Kontrasthose. Ich habe zuerst... Im Augenwinkel gelesen... Schwarz-weiße Katastrophe. Aber Katastrophe wird's wahrscheinlich... Wird's wahrscheinlich auch... Äh... Treffen. Gut. Ähm... Dann gehen wir doch als erstes mal... Zu Sally. Wir wollen ja ein neues Haus in Auftrag geben. Und dafür... Wie viele Bretter habe ich jetzt? Ich müsste jetzt genau 16 haben. Ja. Das heißt, ein neues Haus müsste ich jetzt schon mal... Beauftragen können. Oh, Mann. An 8 bis 16 Uhr. Wie spät ist denn das? Oh, toll. Hat gerade zugemacht. Oh, wow. Dann muss ich das morgen machen. Achso, ich habe mich gar nicht... Richtig. Ich habe mich ja gar nicht beim Speichern hingelegt. Kommt vor. So. Was können wir denn hier so alles machen? Wir können... Eigentlich alles machen. Meine Güte. Offenbar hast du noch keine Farben in deinem Rucksack. Ja, das... Ähm... Ja. Ja. Och. Ich kann... Wand und Boden kann ich auch bemalen. Okay. 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 Ja. Welche Farben wären denn da... Warte mal. Bei Sally vielleicht auch nochmal so Pinselspitzen kaufen oder so? Um nur Vorstellung zu haben, was ich überhaupt... Hey, wie geht's? Ich möchte gern Sachen kaufen. Und zwar möchte ich bitte gern Pinselspitzen kaufen. Aufzunehmen. Auf. Auf. Auf.